Ja hallo, ladies and gentlemen, with once again a happy birthday child, also ein Geburtstagskind, der hatte gestern Geburtstag, das ist der Harald Schmidt, ne, das ist ein großer Entertainer, ne, also, ich fand den immer ganz gut, ne, so, und deswegen singe ich ihm jetzt dieses schöne Lied rückwärts, happy birthday, hör genau zu, lieber Harald, das ist nur für dich und für alle, die dich mögen und liebhaben. Das war nur für dich. Ey, lass dich noch schön feiern, auch wenn es schon gestern war, ich hatte es leider versäumt, aber jetzt bin ich ja für dich da, ja? So, dann schlaft mal alle gut, tschüss, euer Oddu.